hallo ihr lieben ja ich muss muss das neue menge heute jetzt beenden und spiele deshalb obwohl ich nicht ganz wirklich so viel lust dazu habe jetzt vielleicht kommt die lust beim essen wie man so schön sagt aber es ist ja praktisch nur ums Eck was war das? ah kein Volkanausbruch Moment ich bin laut Twitter gar nicht Ah doch, ich müsste die Seite aktualisieren alles klar Lass mich kurz vorlegen ich denke das nächste brauchen wir mal diesen hier und dafür brauchen wir reines Ferit Sonst muss ich da ständig hoch, um und runter Nur Gemach und Geduld, ganz ehrlich wir kommen noch zu dir Wo war das jetzt? Ah, das ist ja praktisch, der liefert gleich Kohlenstoff mit Ah ne, der liefert nur Kohlenstoff Und du, Ferdigstabonat, nehm ich auch den So, das ist ja Hey, da schießt Oh 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 mal kurz hier abkühlen und das war das wahrscheinlich wir haben ja noch nicht allzu viel reines Ferrit das brauchte ich ja auch allerdings eine kleine pause von einem Tag und bin nicht mehr ganz auf der Laufenden was die ganzen Projekte betrifft dann mache ich jetzt nur so ungefähr 200 davon alles zurück erstmal aufladen und dann sollten wir jetzt sein und ich sollte jetzt habe ich mich verlaufen und mache einfach eine lange Treppe hin das wäre auch möglich das brauchte ich das magnetisierte Ferrit und ich glaube für eine Batterie brauche ich zwei dann jetzt noch mal die Batterie das ist der Biotreibstoffreaktor noch die Batterie gut dass ich es noch rechtzeitig gemerkt habe so warte mal eine Solarzimmer fehlt auch noch dafür ach brauchte ich chromatisches Metall gut aber da ich jetzt erstmal nachhabe und wir ja nicht gleich alles brauchen und ich mal mit der Verkabel jetzt durch Verkabelung beginnen dann kann ich da nämlich auch mal Türen anbringen so und du so so und so dann die ihren Strom dann kann ich da jetzt hoffentlich hoffentlich ohne Problem ohne Probleme die Tür reinbauen und jetzt brauchen wir eine Rampe wo hier ja irgendwie noch ein kleines Treppenstück da gibt es aber anscheinend über eine aller Größe dann müssen wir das anders machen dann müssen wir das anders machen so keine Stelle wo es nimmt ah ich verstehe das Problem ist nicht das Nehmen so jetzt die Treppe und unten dran nochmal eine so jetzt zeig ach perfekt so ähm jetzt will er mich schon wieder man kann noch man kann noch man kann noch Mission löschen oder aber wie die hier in der Klassmodule so so war das Problem hier in dann ja so das ist dass es Das hat nicht geklappt. So, das ist jetzt definitiv unterhalb. Noch mehr Holz. Jetzt kann ich direkt durchlaufen. Gut, der Basiscomputer war, so wird es verkehrende Gegend, Flieger, Barnabé ist da so. So, das war nicht mehr. So, das war nicht mehr. So, Basis hochwerten. Und wir haben einen weiteren Meilenstein erreicht. Guten Tag. Hier Expedition. Das ist die erste Phase. Hier ist noch. Exo Anzugstation Pläne. Glaswurmrühr. 64 Glas. So, dafür brauchen wir chromatisches Metall. Wie sieht es eigentlich bei einem Nomad mit der Energie aus? Nicht gut. Sollte man mal merken. Nach dem Zeug zu suchen, bevor ich in den... Nur mit einsteigen. Silber. Silber. Gerät. Was ist? 2 6 Kopfer. 3 4 4 5 6 7 7 11 11 14 17 16 16 Ich glaube, das steht nicht mal gegen die Behörden. Manipulator, richtig glänzende Variante, ja. Manipulator, richtig glänzende Variante, ja. Ist er nicht so neugierig? Ja, stört er nicht. Stört nur, wenn man andere Sachen zerstört. Pflanzen oder Steine Erze abbauen, das scheint nicht möglich ein Problem zu sein. Jetzt hat er mir schon wieder eine andere Quest eingestellt. Okay, jetzt mal wieder zurück. Okay, jetzt mal wieder zurück. So. So. Ich werde mich hier drin abkühlen. Und das Hupfer in chromatisches Metall umwandeln. So einzuschauen, das bin dann wahrscheinlich ich selbst. So. Aber was immer dazu kommt, werde ich jetzt mal die Befehle, die ich gemacht habe, zeigen. So. Ach so, ich weiß ja gar nicht, ob die Leute das sehen, wenn sie dazu kommen. Hört mal den mal. Wo war der Kohlenstoff jetzt? Dann. Ja, gib mir mal einen. Grundstoff kann ich schnell wiederholen. Ist der links hier fertig? Oh, ne. Sieht immer noch ziemlich stürmisch aus, ja. Dann erstmal die Rest wieder einstellen. So gut. Eigentlich ist sie eingestellt. Fragbare Utopia-Forschungseinheit online. Die Utopia-Aufzeiger hoffen, dass du von dieser größten Auswahl an Bauplänen profitieren wirst. Deine Reise der Verbesserung erwartet dich. Ich muss sagen, ich habe ja schon ziemlich viele Verbesserungen frei. Übersetzer brauche ich nicht wirklich. Eine Luftrakete macht hier auch nicht viel Sinn. Ah, aber die Schutzsysteme. Es gibt eine persönliche Raffinerie Mark II. Bei der Sauerstoffumleitung. Lebenshaltung. Okay. Also ich nehme mal hier Phosphor auf. Jetzt Phosphor. Ja. Aber ich nehme alle. Ich habe es hier. Ich habe es hier dicke. Und das. Können wir noch. Ich könnte alles auf einmal kommen. Ja. Rackierten Stiefel sind nicht das wahre. Effizientere Düsen. Ja. Die kann ich auch gleich machen. Dann brauche ich dafür auch Phosphor. Und. Wasserdüsen. Da brauche ich es. Kann ich erst bauen, wenn ich auf einem entsprechenden Planeten bin. Aber das habe ich nicht weiterstanden. Ist das alles? Okay. Sammler oder raffinierer Forst vor allem. Danke. Danke. So. Das würde ich zwar gerne tun. Habe ich noch nicht gebaut. Machen wir gleich mal. hier. Welchen möchte ich als nächstes? Da bricht noch Antimaterie. heute kann ich herstellen das ist das immer mal schauen die verbinden sich dann packe ich die mal unten hin du willst jetzt unbedingt dass ich das baue ich sehe schon tja da muss man was vorfinden ein paar Raffin hatten wir und Silber das habe ich hier noch keines gesehen alles bitte zu diesem Planeten Mineralien dann habe ich irgendein Mineral ach da steht ja gar nicht welche Materialien drin sind zudem sollte ich das vielleicht innen machen Inventarfeuer das kann ich mir nicht ausballen lassen ironischerweise kommt das allerdings mit Inventarplätzen ok dann zeig mal hin ich ahne es hast mir zu viel davon gegeben packen wir das einmal durch lassen wir das durchlaufen ich bin jetzt ein bisschen das ist was man auf diesen Planeten gibt. Ich erinnere mich aber nicht wie genau Beim letzten Mal war ich irritiert als ich mir das Wort nach dem Stream angezeigt habe. Auf Twitch sah es ziemlich übel aus. Also hohe Kompressionsrate oder so. Dann habe ich es aber nach YouTube exportiert und auf YouTube sah es perfekt aus. Also schätze ich da war nur der Download von Hause irgendwie eingeschränkt. Aber was mir auch aufgefallen ist und falls ihr mal das Wort auf YouTube anschaut und die Lösung weiß, ich habe, ja ihr hört es hier, es ist ziemlich leise und aber auch OBS wird mir eingezahlt, dass ich mit voller Lautstärke streame. Also die Ausschläge meiner Stimme gehen bis Eingabe. Ich will es vernichten. Darf ich noch ein bisschen So, das hier kann ich wegwerfen. Wir haben geborgene Daten. Dazu brauche ich das Kohlenstoff-Nanrohr. So, jetzt haben wir drei freie Plätze. Reicht das vielleicht schon? Warte mal, kann ich das Gold wieder zum Schiff? Jetzt habe ich das Gold weggeworfen. Ich wollte doch eigentlich was anderes machen. Raumschiff nicht in Reichweite. Das ist was ich wissen wollte. Was ist das? 43 Minuten zu Fuß? Ja, das ist wirklich nahe. Hier könnte ich auch Cobalt besorgen. Cobalt brauche ich hier eigentlich auch. Da dürfen wir jetzt alles gefunden haben. Cobalt und Silber. Cobalt. Alles Cobalt. Alles Cobalt. Alles Cobalt. Wieso nimmt ihr die nicht? Ach, weil ich den Terrami, den ich da eingestellt habe. Das ist ein Argument. Okay. Muss ich das überhaupt dringend machen? Was sagt das jetzt? Das hier, Kühlmittelnetzwerk installieren doch. Moment. 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 Polizipation. Funktion. Fingerlaue machen oder nicht mit Hilfe. nutzen die erweiterungsplätze sind jetzt ist es besser ah so sehe ich es 13 48 und 324 jetzt haben wir 13 48 und 324 ok bleibt sich gleich aber die hier müssen anders so haben wir laden wir alles mal auf hoch energetische diodenbatterie sieht nämlich genauso aus vitaminleser und optische bohrer sieht etwas anders aus also der verbessert der normalen laser und der den für die großen und fernsachen gut soweit jetzt kann ich das kühlmittel netzwerk installieren ich hätte normales kupfer dafür gebraucht kein problem ich muss noch mal alles koppeln so wie selber hier ich glaube das ist die selber die baffern schon benutzt haben was ungünstig ist weil die haben wir schon fast abgebaut das ist eine andere ne ist die Säde so, Teraminipalata ist eingestellt, wir brauchen einen Teraminipalata, genau. So habe ich aber gesehen, dass dann so viel übrig ist. Ah, ich hatte die angefangen, beim letzten Mal wurde dann von einer Feuersbrunst gelenkt, so wie die jetzt hier diesmal auch, aber ich habe zwei verschiedene angefangen. Die, die ich vorhin angefangen habe, die ist schon fast leer. So, ich nehme mal mehr davon mit, so viel geht, weil romatisches Metall braucht man eigentlich ständig. So, ich nehme mal. Vielen Dank. Also heiß ist die Welt, ja ich verstehe noch nicht so ganz. Warum? Warum hier auf diesem Planeten kein Phosphor haben? Dafür ist Silber ja ungewöhnlich. Auf so einem Planeten. Und das hat ja wahnsinnig... Okay, ich glaube, damit habe ich jetzt erstmal alle. Ich meine, es ist ja nicht zu übersehen, der Riesenschirm. Irgendwie schaffe ich es trotzdem. Warte, Moment. Habe ich denn Platz? Um das wieder einzufangen... Ja, das sollte ich haben. Okay. 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 Also das nächste Mal parke ich mal da unten. Beim Raumschiff, da ist ja ein Planetenplatz. Ja. So. Gehen wir mal wieder ins Kalte. Und jetzt... Fertig bauen. Ist hier ein Ziel abgeschlossen. Keine... Hm. Gipfel eines Vulkans erreichen. Und eine Begleitung sammeln. Be��면 ... Was ist das für ein Blatt. Ja. Sonst macht das? Das ist ein Blatt. Ja. Gehen wir halt. Ja. Teufel ist ja. Hab ich ja. RPG. Ja. Ja. Gut. Ja. Wollen wir schon schauen, was zur Hölle ist das da? Ich vermute mal, das ist die Basis von einem Spieler, aber sicher bin ich mir nicht. Sehe ich das auch so? Ja, da. Sagt nichts. Aus euch kann ich ihn nicht als Begleiter. Einsetzen, da müsste ich schon noch mal, ich kann jetzt, da ich ja Strom habe, hier ein sinnierendes Netzwerk vereinbaren. Die Tür brauchst du da nicht. Ah, das ist das. So, jetzt fliegen wir. Wenn man es mal eilig hat. Erstmal kurz abkühlen. Geht nicht. Ah, muss ich ja nicht mehr. Das sehe ich gerade. So, das bräune mal Gold. Weil ich das ja dummerweise kaputt genommen habe. so, ich bin ja nicht mehr. So, ich bin ja nicht mehr. So, ich bin ja nicht mehr. Sprechersignal. Welches war der Anfangsplanet? Also Pilzschimmel. Hatten wir den kleinen grünlicher Planet? Das klingt sinnvoller. Aber eigentlich nicht so. Ja, das klappt jetzt wahrscheinlich nicht. Wir sind da gerade durch ein Welt geflogen. Ich wollte ja noch ein bisschen Gold einsammeln. Da auch schon etwas. Na, regnerischer Planet. Malphino, Salz, Rupro. Das braucht nicht viel Chemie, um sagen zu können, dass wir bald dort auch bauen. Es kann sein, dass die Wächteraktivität da so hoch ist, dass sie feindlich sind. Und sofort. Ah, dann war das hohe Wächteraktivität. Ja. Das ist nicht so schlimm, hohe Wächteraktivität. Dann ist das der Redox-Teil. Dass die da nicht so extrem wild sind. Da musste ich bauen, fliehen, bauen, fliehen, bauen, fliehen. Immer so einen Stück setzen. Und dann die anderen Aufgaben, die es zu erledigen gab, die waren dann ähnlich. So, zeig mal her. 220 Gold, das reicht mir erstmal. Jetzt dann doch ja. Jetzt muss ich mich erstmal mitverschießen. Thriller-Vail ist da versprochen, oder wie? Ja. Wir müssen auf die andere Seite von hinten. Was ist das für ein Planet? Eiskalt. Das ist nicht unsere. Wo ist meine Station? Ich könnte mir natürlich auch einfach schnell eine neue bauen. das wäre jetzt auch nicht so wild. Die war ja eh blöd gelegen im Gebirge. Ich finde jetzt ein besseres Fleckchen hier. Das schaut schon viel besser aus. Nicht genügend. Äh. Treibstoff. Okay. Das ist also ein Tretiummangel. Aber wir sind ja auf dem letzten Tropfen hingeflohen. Dann gib mir den Basiskomputer. Da fehlt uns reines Ferit. Und wir brauchen noch 172. Das geht schnell. Ne. Das reicht. Oh. Das Metall war auch noch nicht voll genug. Das ist alles verbraucht. Ne. 63. Ich mach mal alle. Wir haben ja Kupfer hier parat. Was ich hier noch chromatisches mitteilen mache. Mir geht es hier auf dem Planeten sowieso eigentlich nur darum. einen Begleiter zu finden. Und es ist sicher nicht schlecht ab und zu darauf zurückgreifen zu können. Wir haben uns die kleine Mitteilung. Schnellig. 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 Wenn ich Kupfer bleibt über. Warum auch immer. So. Kann ich jetzt den Basiskomputer setzen. So. Schnellig. Ja. Schnellig. Schnellig. Ne. Jetzt sehe ich nicht mehr, wo das genau war, vielleicht ist das dann einfach nur gewesen. Ja hallo, ich dachte ich hätte hier schon eine Sekunde. Moment, das müsste ja auch mal eine Basis sein. Hast du hier gerade eine Pflanze gesehen, die du noch nicht kennst? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte auf dem Planeten so gut, die ich gar nicht gescannt habe. Das soll jetzt nicht so schlimm sein. Oh, drei Pflanzen auf dem dritten Planeten, aha, das ist nicht unser Startplanet. Was bedeutet... Ah, sehr schön. Jetzt kann ich die Lagerbehälter bauen. Sehr vaterhaft. Ah, nein, 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 nicht das. Das ist viel zu wertvoll. Was? So, jetzt kann ich endlich mal tun, was ich machen wollte. Und... Und... Huch. Ich zeige es nicht, ich habe eine Kohlenstoff. Oh... Das ist jetzt reparativ diese Planeten. Ja, nun ist es kein Wunder, wenn ich ja noch nichts kenne. Geben aber wenig Kohlenstoff. Gut, das sollte jetzt aber reichen. Fünf Stück soll ihnen ja auch reichen. Geben. Hey, du. Ich muss dir noch ein bisschen was geben. Ah, aussehen anfassen. Da gab's doch... Ich glaube, das passt am besten zu dir. Ah, das ist noch braun. Okay. Ah, die anderen Seite wird gleich dasselbe. Okay. Und mit mir. Wir bauen jetzt ein schönes Haus. Au. Ich mag meinen Begleiter. Ich mag ihn nicht. Ach so, die muss man ja auch halt identifizieren. Das läuft da rum. Was hast du da schon wieder gesehen? Das hier. Hier war ja noch ein rotes Tier. Ja. Ja. Zwar. Also. Äh, das klappt jetzt nicht. Ich mach mich. Ich mach mich gleich am besten noch ein bisschen Raketen Treibstoff. rot-goldenes Atlas-Feuerwerk. Drei-Knall-Feuerwerk. Alles weit in Ordnung. Das können wir verbasteln. Ja. Jetzt muss ich die Sachen wahrscheinlich nur noch kurz angucken. Na? Mit dem ganzen Ding sollte doch die Reichweite hoch genug sein. Ja. 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 Can we an der Dus aufffekt zielen, und jetzt, auf ein Sternendom, und da kann ich nix machen. Das kann jag den Scanner nicht kontrollieren. Weil ich schon zu viel gescannt hab. komisch dass das anfang nicht ging so aber habe ich jetzt eigentlich ich sollte das doch genau hier den hat ich schon gemacht hier kann ich mir abholen exo anzug verbessern leistungsstarkes defensiv system upgrade bei inventarplätze fünf lebenserhaltung skele jetzt muss ich noch ein vulkan bestellen das war jetzt noch die eine aufgabe gipfel eines vulkans erreichen ja und danach geht es zum außenposten gamma und damit wir das jetzt schnell hinkriegen ist dass ich was mir am besten hier auf dem planeten ist ein normaler das ist ein normaler führerscheinchen püsten Ok, wann ist das verschlägt? Reins, Ferit Fachmarsch 100 Gerätstopp übrig, geht auch Da muss ich die Tür bauen können Sehr schön Jetzt brauchen wir wieder das Kohlenstoff Sie haben ja seitlich gezeigt, dass hier ausreichend ist Mein lieber Begleiter, ich hole dich jetzt mal wieder rein Klatterliste Einmal machst du wohl doch Leiter wegschicken Sei vorsichtig Lieblingsfreund Besser war auch du auf dich auf Vorsicht, du bestehst das Kohlenstoff Wir haben uns Gott besorgt Das jetzt noch im Raumschiff ist Das Raumschiff ist zu weit weg Tja, hilft nichts Und chromatisches Metall habe ich auch nicht mehr so viel Okay, gehen wir mal erst um das chromatische Metall Paraffin Sackgas Das ist direkt da Genau Das ist nicht der kleinste Ist das schön Cooper zu kassieren ohne Was man ständig Vor einem Vor einer Feuersbrunst achten muss Das ist nicht der kleinste Ja Abs Cinema Vielen Dank. Das muss ich dann von der anderen Seite holen. Ich glaube, ich muss auch mal eine Webseite machen. Ich habe sogar auch schon ein paar Ideen. Weil ich habe zurzeit eine, aber das ist ein WordPress-Blog, zwei Dings, das mir gar nicht gefällt. Ich möchte schon etwas Komplexeres, weil ich brauche das ja auch beruflich. Für Apps, die ich zum Beispiel programmiere und verkaufen möchte. Oder wenn ich das präsentieren möchte, zum Thema Android anbieten möchte. Ja, so Planetenkarten drängen sich immer so in den Vordergrund. Oh, das hätte ich vielleicht auch mal noch einsetzen sollen. Ist Schild? Ne, ist kein Teil davon. Super seltsam. Ja, die Gruppen kommen einfach so zusammen. Ich habe noch irgendwas übersehen? Nicht. Okay. Dann packen wir das mal da rein. Dann noch ein bisschen Strom rein. Achso. 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 Das ist jetzt so die c-Taste zu drücken. Ach. Wir haben jetzt auch eine schöne Villa. Das ist mal wieder das übliche Problem, ich kann es einfach nicht leiden, wenn es so unrealistisch aussieht, tatsächlich nicht mehr genügend Kohlenstoff, ne, ne, das war alles richtig B, willst du es mir jetzt partout einfärben, okay, geht mal das Schiff, schaut nicht gut aus, oder die dunkle, ah, da ist gleich eine Pflanze, okay, nur 3 Kohlenstoff, das reicht nicht, das war auch für verdichtete Kohlenstoffe normalen, ich glaube man kann das normalen auch wieder verdichteten rausholen, ah, wenn wir jetzt hier so nahe beim Schiff sind, kann ich dann bitte gerne ein Skolter rausholen, danke, ich kann nutzlosen, äh, ganz tolle Dinge dafür da rein tun. Projektiemunition, wieso habe ich so viel Glas, ah, ich glaube auch den Wasserplaneten müssen mal unterirdisch bauen, äh, unterirdisch bauen, äh, unterirdisch. so, 71 Kohlenstoff, das reicht dann, für den letzten, für das letzte Brett, ich stelle dich nicht so an, wieso habe ich jetzt, ah, das sah nur aus, hm. so, und es fehlen zwei Metallplatten und zwei Nanorohren, vier Metallplatten, jetzt weiß ich, wo die Nanorohre herkamen, hm, 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 hm. da hatte ich schon welche, Nanorohren brauchen 100 Kohlenstoff und etwas Grafit, ja, etwas Grafit, ja, geprüft sich bei uns. äh, nicht Grafit. Ferrit. schon aufpassen. so, ich glaube das reicht jetzt auch schon. und, dann brauchen wir eben noch den so, ich habe hier eigentlich auch mehr zum Malporn gehen. so, ich habe hier eigentlich auch mehr zum Malporn können. Am besten gleich mehr davon holen, da ist ja noch eine, wir müssen ineinander gestanden Sorry, wenn ich hier ganze Wälder abholze, ah ja, das muss so sein Frau braucht Kohlenschloss Vielen Dank Man kann relativ viel mitnehmen Es braucht ja dann trotzdem nur einen Platz Sehen Sie es so ähnlich, da haben wir zwei unterschiedliche Pflanzen Einmal aufladen bitte Die Nähe von Reisenden kann vulkanische Ereignisse auslösen Ja? 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 muss mehr wasser einsammeln oder ein bisschen von tritium in die raffinerie packen die teilt man noch mal so starke größe 1.000 die wasserstoffdrauss für ein stück noch mal vier kubel baum weil ich gehe nicht davon aus dass jetzt ziel tritium brauchen werden sind ja nur in der ein galaxie in dem einen sonnensystem unterwegs ich habe kein interesse an deiner blöden planetenkarte auch hier noch mal kein geld die batterie mache ich dann eng gut der seite dann auch in der seite da kann ich ihnen schon abreifen machen wir das auch gleich am geschicktesten vielleicht tatsächlich sogar so jetzt ist es natürlich gerade dunkel geworden die batterie sollte ich einfach noch bauen Da noch alles. Das ist auch noch schnell verdrahten. Wenn ich jetzt halt dummerweise nicht viel Strom habe, machen wir hier so einen kleinen Notfallgenerator hin und eine Metallplatte. Oh, damit hätte ich es nicht gerechnet. Noch mal der verdichteten Rohstoff rein. Ah, warte, eine Aufgabe erlobe ich mir hier noch. Wo ist die Basis-Compute? Ähm, wo kommen wir dann? Okay, Basis hochladen, das muss man sowieso garantiert auch tun. Hm, das ist nicht das Teil einer Aufgabe. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass ich noch mal eine Basis bauen muss. Weil jetzt hatte ich praktisch einen Auftrag, aber so passt ein Gamma noch nicht. So, aber jetzt war er jetzt da. Ich weiß, wie sie reißt. Habe ich nichts übrig gelassen. Das sieht jetzt nichts mehr interessant aus. Wo hast du meinen Flieger geparkt? Da wird so ein schöner Platz dafür. Wo hast du ihn geparkt? ? Habe ich nichtsει. Da? und du bist gut das preis startschub düse dafür so was von unnötig so Vulkan war dann hier noch einer näher reicht der eigentlich auch wenn man aus dem Nomad aussteigt er hat nichts gesagt dann mache ich schnell einen Speicherpunkt im Flieger ich bin so in die andere Richtung weggerannt ich habe bestand er direkt da so wieder Stellungspunkt gespeichert so so ich habe gerade was zwei Punkte mehr bekommen aber ich habe sie schon irgendwie wieder verbraten Ölstransferit lande auf dem verfallenen Frachter ich will nicht auf irgendeinem verfallenen Frachter landen ich bin oben und der Aufgabe erreiche den Krater auf dem Gipfel eines Vulkans jetzt denkst du wo ich gerade rumtourne immer noch nicht hoch genug für dich von dem ist der am höchsten von dem ist der am höchsten so höher geht es nicht mehr oder? muss ich mich jetzt umbringen? offensichtlich muss ich mich für die Aufgabe umbringen dann würde ich jetzt aber erstmal alles auspacken und ich werde jetzt umgefallen in die Bühne und die Bühne in die Bühne und die Bühne und die Bühne ich sage jetzt und ich möchte die Bühne in die Bühne Ich habe sie extra noch im Flieger gepackt, damit ich sie nicht dabei habe. Was da? Wo sind sie denn? Ah, da sind sie. Ja, er passt perfekt drunter. Ich habe sie jetzt 23 Minuten. Ah, ich habe das Wasser, das ich produziert habe, noch im Rucksack. Jetzt wird es auch schlau, dass sie einfach betragen können. So, dann habe ich jetzt erstmal nichts mehr dabei. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Aber sobald er das wahrgenommen hat, dass ich da war und den Krater erreicht habe. Das ist ja halt gerade da, nicht den Gipfel. Das war's. 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 ist kann mich nicht umbringen nicht gespeichert ich kann mich nicht umbringen Ah, wenigstens nutzt das dann was, hallo, äh, besmein, besmein, moin. Ja, das ist der Ninja Minister, okay. Dann einmal, ja, sonst habe ich nicht so viel Grund, nochmal den Sky anzufassen, weil meine anderen Spielstätten schon so weit, das ist langweilig, Bruder. So, ich hätte ganz gerne bitte einen Nebensaultungspack. Einen habe ich gesagt. Na, ich benutze ihn einfach, dann ist das Problem auch gelöst. Und mit der Wandung, sagt sie. Ist jetzt ein Raumschiff gepackt. Lagerbehälter. Ja, genau. Die habe ich als Einzige gemacht, und da war es doch noch ein bisschen zu ähnlichen, habe ich mir gesagt, ich warte bis Ende ja und mache dann einfach alle nochmal. Am Ende vom Jahr, wenn dann ziemlich viel Neues im Spiel ist. Hat sie nicht gesagt, äh, Wurmschwurm kommt? Sieht nicht so stürmisch aus. Was ist denn das? Ah, ein Asteroiden fällt direkt über uns. Das ist das Teil von dem Gebäude, und das wäre ja nicht normal gewesen. Ja, da gehe ich mal aus davon, dass, äh, dass ich falsch gehört habe. Ist der nächste Vulkan da. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich mich im Vulkan umbringen, und ich bin dann am Rand oben rumgelaufen und das hat nicht gereicht. Deswegen habe ich jetzt alles abgelegt, damit ich ja nichts verliere. Und dann bringe ich mich mal geflüssentlich um. Hmm? Ja. Vielen Dank. Immer wird man beobachtet. Die Redux-Elemente sind nicht immer so klar. Hier ist mir schon aufgefallen, weil ich es von All aus gesehen habe, der Wasserplanet der war bei einem anderen nicht nur hohe Wächteraktivität, die waren aggressive Wächter. Und hier ist nur hohe Wächteraktivität, das erleichtert die Aufgaben da wahrscheinlich dann immens. Hatte ich? 18 22 24 25 24 Ah, ich habe es tatsächlich überstanden. Danke für den Tipp, dass man das möglicherweise überleben kann. Okay, jetzt komme ich in der Flammenwand rum. Wie jemand es macht, macht man es falsch. Na, warte. Ich kann mich hier reingraben. Ah, okay. Dann können wir dabei einmal schauen. Die Wohnung abholen. Überlegen, das Gefahrenschutz-Upgrade. Roboratur seit mal drei. Reines Ferret. Ah, Moment. Jetzt bin ich wieder gemacht. Äh. Das rein in der Reparatur, das müssen wir neben dran machen, kann man nicht so einsetzen. Äh. Aber, da konnte man die Sachen nicht verpacken. Da fehlt Ihnen ein Stück da unten. Vielleicht mit X? Nee. Jetzt bin ich schon wieder X gedrückt. Das ist das Problem, dadurch, dass ich das jetzt nicht gespielt habe, habe ich manche Sachen wieder vergessen. Und G, das ist auch nicht. Ah, doch X. Müssen wir vielleicht länger drücken? Nee. Solange es kaputt ist, kann man es nicht verschieben. Okay. Warten wir das mal. Stattdessen weg. Stattdessen, äh. Und. Und. Laster. Das ist mal ein bisschen. Gefahrenschutz da. Das sind dann die nächsten Aufgaben, dass das jetzt gerade so kann. die eigentliche expeditionsbelohnung, holographischer freund Okay Warte ich zu Phosphor? Ah, Phosphor gab es kostenlos als Belohnung Nicht, dass ich hier Phosphor habe Ist nicht aufgeladen, ah tatsächlich Ich habe nichts zum Aufladen, ah shit Dass es auf jedem Planeten auch kein Phosphor hat Ne, sah ein bisschen so aus, als ob da möglicherweise was drin ist Ne, auch eine Sauerstoff Ne, auch eine Sauerstoff Au Oh Das hat jetzt heftig wehgetan Ist dich nie zufällig wieder aufgeladen? Nein So, dann packen wir wieder AC ein Würde ich das Glas brauchen? Ach so, für die nächste Restaurant vollen jetzt Das Glas lag ich, glaube ich, erstmal im Krieger Das brauche ich jetzt wirklich nicht hier Und Gold und Silber vielleicht auch So, dann haben wir jetzt einen Ionen-Akku Die gehen aufladen Aber Phosphor habe ich definitiv nicht mehr So, dann Weg von hier So Oh, hallo Das ist überraschend Ich bin Ganz selten Ja Ganz selten Ja, nicht Was wir wissen müssen Gerade dabei die Utopia-Expedition zu spielen Bin jetzt bei Stufe 3 angekommen Und muss jetzt als nächstes Oh, ich bin doch irgendwo Auf diesem Planeten den Utopia-Stützpunkt finden Und das ärgert mich hier immer wieder Indem es die falschen Missionsziele einstellt So, aus dem Posten Da hinten Also einmal kurz ins All Und Und So Danke dir Das hat aber kein Red gemacht, oder? Nicht, was ich jetzt hier in der Poste Also das wäre dann die Schuld von Wie heißt das schon wieder? Das den Chat und das Overlay macht und so Ziel erfasst? Ist das das Ziel in der Richtung ist? Ne, das heißt nur Das ist da irgendwo ist Ich hätte ja auch direkt hinfliegen können Die Dinger sind riesig Die sieht man eigentlich gut genug Jetzt kann ich es nicht scannen So Jetzt zeig es mir bitte genau Okay Zeig mir nicht schon wieder das mit der Planetengarte Die Planetengarte ist im Flieger Ich könnte jetzt gar nicht starten Da kann ich den Flieger rufen Dann Warte ich nicht wirklich mehr Start Treibstoff Wenn ich von Landing Cut starte Dann verbrauche ich keinen Und wenn ich zum Flieger zurückgehe Dann verbrauche ich auf jeden Fall einen Ja, ich atme mich ziemlich dumm Ja, ich atme mich ziemlich dumm Und auf Utopia aus Post Gamma Siedler Bitte filtriere dich über diese Termine um die Planetare Registrierung abzuschließen Einloggen Einloggen Prüfung Meldung erfolgreich Utopia dank für die prompte Registrierung Bitte konsolidiere die Nachschublieferung Um Einzelheiten zu deinem nächsten Herstellungsauftrag zu erhalten Außenpasteln Naja, genau Jetzt muss ich nach einer Außenpastel an einer anderen Stelle basteln Ich bin vorhin auf dem falschen Planeten gelandet Um ein Tierchen zu suchen Nämlich hier Auf dem Stahlplaneten Und habe da schnell eine Basis gebaut Obwohl wir sie jetzt hier brauchen Nein Das wird unter Belohnungen Wagepackte Impulswerfer ein Okay Das muss ich starten Das kann ich hoffentlich Hier dazupacken So Einzug Salziger Donut Wird gleich verkauft Das könnte ich eigentlich mit dem Breuerwerk auch machen Obwohl es nicht schicklenkend Was bleibt das? Okay 100.000 Units So Wiedungskoordinaten 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 Okay Ich pack's Feuerwerk ins Fliege Okay Ich pack's Feuerwerk ins Fliege Navigationskoordinaten Navigationsdaten nötig Ich habe noch genau die falsche Richtung los Das Ähm Das sehe ich auch gerade nicht Sonst kriegt man Navigationsdaten auch nicht Endlich Endlich aber Man sieht nicht unbedingt So Und So Erstmal Wieder Wieder Opfen Und jetzt nicht über den großen Berg Moment Nicht identifizierte Pflanze Wo? So Apatitweizen brauchen wir nicht Danke Nein ich Impulswerfer Also die Ich muss dazu sagen die Mission hat mich jetzt auch nicht Also diese Expedition hat mich jetzt auch noch nicht sehr umgehauen Aber Die Story ist interessant wenn man ein bisschen tiefer ins Lore geht aber Von dem was man tut bin ich jetzt nicht so Wie weit? Eine Stunde okay Also das ist schon was was nur mit Sky großartig macht die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen Wenn man andere Spiele bedenkt neuere Spiele die Starfield wo man sich praktisch nur einer Schnellreise zwischen Systemen geben kann Wenn man dort dann eine Geschwindigkeit hat im All wo man Kämpfe machen kann oder man landet automatisch wenn man irgendwas auf dem kleinen Lücken ausgesucht hat und dann springt einfach alles So Du willst es ganz genau haben okay Ich soll Ich soll eine bauen? Ich soll eine bauen? Direkt an der Direkt an der Okay Wenn ihr das sagt dann sagt ihr das Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Kupfer Nächste Kupfer ist Recht an Lasst euch nicht schweren ich mache euch nichts Noch nicht Wieso sieht das Kupfer nicht nach Kupfer aus? Warum ist das nur so wenig? Da ist Silikate statt Kupfer Da ist Silikate statt Kupfer Da ist Silikate statt Kupfer Ja hier scheint mir dann Ja hier scheint sehr gewalt zu sein Ja hier scheint sehr gewalt zu sein Amen. So, wie viel haben wir gesammelt? 350, sehr schön. Dann gehe ich wieder zu unserer Markierung zurück. Was ist die Markierung? Ah, und dann kann ich mir gleich hier Navigationsding holen. Und damit es beim nächsten Mal klappt. Habt ihr hier noch etwas für mich? Nein. Lebenserhaltungsgültig, nehmt ich da gern. Okay. Ich muss wieder schauen, wo ist der Punkt? Genau, da. So, das ist Computer. So, ich muss das chromatische Metall noch. Ich muss die Raffinerie holen. So, Utopia-Archive sind keine vorherigen Siedlungsversuchen. Außer natürlich von den Sentinels. So. Ja, jetzt mache ich was. Was ich normalerweise nicht tun würde. Und baue gar keine richtige Basis. Ich bin, ich habe heute nicht die große Lust und ich habe auf dem Planeten schon eine richtige Basis. Okay. Die Exo-Fahrzeugstation. Okay. Die Exo-Fahrzeugstation. Dekoratives Basis-Teile-Set für dich durch Kohlenstoff von der vorgepackten Luft. Irgendwas. Gerolter Leinwand-Stapel. Ah! Die sind immer hier. Goldenes Gag-Poster, das gefällt mir. Und ich würde sagen, ich fliege jetzt erstmal zu meiner anderen Basis. Mal klicken. Da. Vorgepackte Fahngeräte. Ah! Was für ein Timing. Etwas ungünstig gelandet. Nein. So. So. Jetzt mal wieder Freibahn. Gehts da hin zurück. Da ist immer auch der starke Regen. Ein Überflug bitte. Ich hatte, als er den Claim gemacht hat, eigentlich gesehen. Ich erinnere mal. Aha! Das war. Und habt ihr da einen Landeplatz? Ja. Ähm. Ich muss aufpassen. So viele Basen hier. Nicht, dass ich zur falschen Fliege. Ja. Das ist die richtige. Nicht vernünftig gelandet. Ähm. Durchgekommen. Okay. Bin ich jetzt etwas enttäuscht? Ähm. So. Du möchtest von mir die tragebare Wechseldingsbumpstation? Und ich soll hier ein Upgrade kaufen. Ja. Oh. Telefon. Ähm. Wir packen Klingel. Ich geh mal kurz drücken. Wasser drücken. Hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü. Und ich will hier ein bisschen anある. Oh. Üh-hü-hü-hü-hü. So, ich bin wieder da. Und wir können uns noch ein Haufen Zeug kaufen. Ich hätte gerne das Sonar. Das ist nur eine Verbesserung. Die Radar, wahrscheinlich noch nicht. Minotaurus war da Anlage, ich habe Minotaurus ja gar nicht, ich denke, ich weiß gar nicht, aber die drei Bräu auf jeden Fall, äh, die vier. Das ist schön. Okay. Okay, ähm, dann weiter schauen. Und hier, so. Expedition, hat er schon in der Mechanik, Belohnung abholen, Nautilus, Klammer. Die wir hier nicht bauen können, weil wir da so viel Sulfid noch Salz haben. Aber gleich auf dem nächsten Planeten. Ich will ja gerade, ob ich die einpacken soll. Ich nehme sie mal mit. Ja, da sind die nächsten Aufgaben. Und ich gehe jetzt noch bei den Then, boote noch vergrabene Gegenstände aus. Lokalisiere vergrabene Gegenstände mit dem Analysevisier. Benutze Terramonionpolnote, um vergrabene Gegenstände freizulegen. Wir verwenden den Zielscan, um Verlorene Objekte aus der Ferne zu lokalisieren. Zielscan Organische Struktur. Ich glaube, das ist nicht ganz, was ich brauche. Aber was ich vielleicht machen sollte, ist mir fünf Metallplatten basteln. Wofür ich eigentlich im Kunst, ja, Familienleser ein bisschen Ferit brauche. Also, an dem es hier nicht mangelt, also kein Problem. Ein bisschen Metall bleibt. Fünf. Wenn sie 250 will, brauche ich noch ein bisschen. Was war das jetzt? Habe ich genug? Nein. Nein. Und das ist jetzt tatsächlich doch mal zu weit weg. Das ist reines Ferit. Ich brauche doch kein reines Ferit. Ich brauche ein Ferit. Ich brauche ein Ferit. Ah, jetzt habe ich hier. Und der fünfte Fang. So. Dann. Spanne mir das Fahrzeug mal bitte. Ein bisschen weg. Ich hoffe, er wird dann auch was vergraben. Das sind nicht nur so dumme Perle oder was das andere darstellt. Ah, da wollte ich ja eh reinschauen. Weiterer Navigationspunkt. Das ist mehr Metall. Immer gern gebraucht. Ich bin dran. Das war... Ich glaube das sind... Ah, das geht hier hin. Okay. Luftschubdüse. Okay. Ich tausche mir die aus. So. Jetzt müssen wir Teil und hier rein. So. Hier. Angeregt. Das kommt auch hier rein. Okay. Das ist... Das heißt... Die Lesung. Der Reimannik. Die 12. Im Kurs Lesung. Ah. Das ist also alternativ. Ich bin nicht kurz. Oder länger. Da. Das haben wir nicht. Das lädt sich dann so und seit wieder auf. Okay. Warte. Hm. Vielleicht ist noch was drin. Ne Wasserstoffschilin nehme ich gern. Ja. Hallo. Hallo. Bis dahin. Ciao. Neuchtendes Mineral. Exoanzug, analysieren, in der Tafel. Oh, hallo, wer bist du denn? Moment. Auch unterirdische Lokalheit, das hilft mich doch nicht. Nice, nice, nice. Ist da auch noch was drin? Ne. Oh, mehr als genug. Hab ich das jetzt gemacht? Ne. So, und da bin ich. Wenn ich es irritiert habe, dann muss ich es mal weg. Mein Flieger ist gut. Mein Nummer ist hier. Also wenn ich jetzt etwas weiter weg, wie das nur eine unterirdische, organische Struktur finde, dann grabe ich die halt mal aus und mal gucken, ob das, was war das denn? Oh, ich bin nicht weit genug weg. Oh, ich bin nicht weit genug weg. Na, äh. Jetzt sagt ja niemand, dass ich nicht dem normalen Skandal auch gelegentlich benutzen kann. Ich bin nicht so schön, dass... Ich glaube, man muss noch was kochen. Auch nur eine unterirdische, organische Struktur, und dann graben wir die aus. Oder ich gucke auf einem anderen Planeten. Das geht natürlich auch. Okay. 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 Noch mehr G. Okay. Das wäre ein richtig schönes System, wenn es nicht verseucht wäre am Ende die Sonne. Jetzt erst mal in der Taufe. Schnell-Übertragung Nomad. Schnell-Übertragung Nomad, da muss ich es aber auch wirklich schneller verkaufen. Schnell-Übertragung. Ah! Es despawned! Schnell-Übertragung. Brauwachs-Gehäuse. Ach so, und so probieren wir keinen Platz mehr. Und so ist es so, dass ich Wohnen finde. Sag mir doch, ich wusste doch, dass da irgendwas mit Wochen war. Da ist eine. Schnell-Übertragung. 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 So, Geld hab ich nicht so gerne Nomad. Daraus machen wir mal ein Gel? Ah, wir sind nicht in der Basis, nicht. Die Mikropods sollen wir vor allem telefonisch IT Ferne dentro. Expedition, Sandengänger, Paralysemörser, Neutronenkanon, Blutsperr, Waffenbaupläne, Naja, ein Trafenfeuerwerk, das niemand braucht? Anfeuerwerke gesehen, ja. Ahnung, niemals damit auf Reben gekehrt. One, two, one. Gut, gut, gut. Dann konzentrieren wir uns jetzt auf Sternentornpflanzen, Impulsbohnen. Für die Impulsbohnen muss ich jetzt nur wieder zurück. Äh, für die Sternenknollen. Ich war da vorhin schon mal. Das ungefähr grob müsste mich jetzt veralbern. Mann, wieso gibt es hier keine Gesundheit? Könnte ich Gesundheit bauen? Geht ja nirgends. Da. Geht mal aus und dich da. Na. Oh, wie war es das Gesundheitspack? Ich habe doch gerade noch eins gesehen, aber da habe ich das Plus gesehen und dachte, das ist, was ich mache. Ich bin sicher, ich hatte einen... Ne, ich bin sicher, ich hatte einen... Ne, ich bin sicher, ich hatte einen... Ne, ja, inside der Sternenknoll nicht. Mensch, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vorhin gerade direkt eingesammelt. Du sagst, ich kann es mit dem Analysevisier finden, ist allerdings nicht verfügbar. Ach so, das geht mit dem normalen. Ja. Ja genau, ich hätte ein Bruderhaust hier. Ich hab schon gar nicht mehr dran gedacht. So, bereite bittersüßen Kakao und Pilger Alex hierzu. Au! Oh, ich brauche doch einmal Gesundheit, kann ich mir die bauen. Nein, 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 nein. Ja. So, Nährstoffrotz, jetzt mal 200 Teilplatten, ein hermetisches Siegel. Das werden wir für Sieg brauchen. Also sind eine nicht identifizierte Pflanze mit. Benicht. Oh, das steht. Also das haben definitiv nicht die Spieler benannt. und wenn wir gerade dabei sind, können wir den bauen. Müsste mich nur entscheiden, wo genau. Strom. Okay, jetzt wird es kompliziert. Das ist auf dem Pfleger, müssten dann alle hier stehen. Schnelle Betragung, Lagerbehälter. Exo-Anzug. Das kommt am besten ins Schiff. Jetzt erstmal die Metallplatten für den Nährstoffprozessor. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Okay. Das sieht aus, Pilgerbeere. Ah, da kriege ich ja ein Tüt. Ich habe noch ein paar Grzel, die ich packen könnte. Okay. Machst du Pilgerbeere, kann man Beere Elixier machen. Wenn ich den Boden dazu packe. Geht nichts. Machst du jemand in den Anzug. Genau, ich sollte ja Sakao herstellen. Das ist gut. Ja, wahrscheinlich wird es kreuz, oder? Pilger-Elks, ja. Ah, ja. Das geht ja jetzt ganz einfach an Pilgerbeere und dann kommt auch aus Pilger-Elks hier. Ja. 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 Ja, da ist ein Wurm drin. Oh, wir haben es abgeschlossen. Das ist ja nice. Dann ... ne, nicht verzehren. Inventarfall. Wo habe ich den Fieger geparkt? So, dann gucken wir mal ein paar von den Sachen hier noch mit rein. Ne, nicht installieren. Plutoniumhaltige Lichtmaschine. Das wäre glaube ich für das Exo-Fahrzeug. Schnelle Betragung ins Rundschiff. Dasselbe gilt dafür. Und dafür. Wenn ich mir einen Starter Treibstoff lassen möchte, brauche ich eine Metallplatte. Damit wir damit sicher sind. Ausgerechnet das sehe ich jetzt nicht. Da. Nee. Raumschiff. Bei 37 Prozent jetzt. Okay. Dann kann ich den Starter Treibstoff auch direkt zum Raumschiff machen. Ich kann doch sicher noch eins herstellen. Bin ich ganz sicher. Ja, so. Die geborgenen Daten. Lassen wir mal hier. Das Gefühl, das brauchen wir jetzt nicht gleich. Das brauche ich also auf ins Raumschiff. Es ist aber so, dass wir es noch brauchen konnten. Da bin ich mir fast sicher. So. Bevor ich zum nächsten Planeten gehe. Jetzt erstmal. Exo-Anzug verbessern. Gerne. Wohnung. Überlegenes Scann-System. Abräht. Inventarplatz 5. Und Kuchenauswahl. So. Rot-Goldenes Atlasfeuerwerk. Dreiknallfeuerwerk. In den Lagerbehörter. Und riechendes Juck-Hornik-Biskuit. Dieses Kuchenartige Nahrungsmittel wurde aus einem windenden, aufgewühlten Teig hergestellt. Vorsicht ist zu drücken. Jupp. Da beginnen die komischen Sachen. So. Jetzt habe ich aber kein Handelsterminal. Klebriger Blüter. Dieses Kuchenartige Nahrungsmittel wurde aus einem windenden, aufgewühlten Teig hergestellt. Also auch. Lässt sich verkaufen. Dann ließen wir die Expedition ab. Belohnung. Furchteinflößendes Helmvisier. Und gehen zur Phase 4. Außenposten Delta. Basis auf dem 4. Planeten. Sierupartige Eingeweide zubereiten. Und Rankenbeseitigen. Okay. Ja. Dann fliegen wir mal von dann hin. Jetzt geht's auf den großen Planeten. Wege gerade. Ja. Ganz kurz. Jetzt. Allein lasse. Weil. Ich. äh. Weil ich mir die. Brezel aufsetze. Ich will gerade, ob ich wirklich Brezel bin. Ich habe Hunger. Aber nicht unbedingt auf Brezel. Ich habe Hunger. Aber nicht unbedingt auf Brezel. Okay. Kann man nicht den nehmen. Okay. Kann man nicht den nehmen. Das war ein Wurm. Der Wurm, der nicht göttlich ist. Ja. Jetzt verkaufen wir erstmal die Kuchen. Okay. Wer das jetzt als. Na. Als der. Das Terminal gilt. Kann ich den Kuchen aktuell noch nicht verkaufen. Ah. Jetzt aber. Jetzt hat es wieder so eine normale Funktion. Okay. Lass mich bitte jetzt den Kuchen loswerden. Mal. Jetzt kann ich gucken, ob ich das Kuchen mal mag. Und ein Kanister. Industrie-Batterie. Einstabiles Plasma. Da nehme ich mal 5. Moment. Das ist jetzt genommen. Raumschiff. So. Das wird jetzt auch für alle Zeiten gelöst. Aus dem Raumschiff-Inventar könnte ich. das ... Was werde ich jetzt sicher gleich brauchen. Ah. Die, die. Die Vater hat sich in den Container gemacht. jetzt kann man ja nicht das heißt ich habe jetzt viele das hier raus mit dem werkzeug und das wäre ich gerne 1 uhr da oben danke und dann die belohnung und die belohnung geht es ja nicht vorgepackte eigene kraftfeld einheit in welcher situation braucht man eigentlich die unsichtbarkeit die habe ich noch nie ein Bild gebraucht war gepackte äh ne das nicht das müsste ich wegpacken das hier bräuchte ich dann irgendwo waren die zusammen ne völlig frei geht das eigentlich besser macht das einen Unterschied also der Impulswerfer sollte meine stärkste Waffe sein das ist die einzige mit einem Upgrade dann haben wir noch einen Platz frei hier oder wo wir es austauschen können für das Kraftfeld gibt es glaube ich noch für Stärkung und für das Analysevisier aber naja so ein Exo Anzug Paket öffnen Siedlungsdaten äh karamellisierter Albtraum ächbares Produkt auch aus einem windenden aufgewühlten Teig und jetzt haben wir das richtig schlechtige Leuchtwerfer also wer jetzt noch nicht geschnallt hat dass hier was nicht in Ordnung ist da kann ich nicht mehr helfen ähm ne so da haben wir gleich plus mehr Platz und das verkaufe ich auch äh sofort das möchte ich nicht im Inventar haben so jetzt die Siedlungsdaten äh nutzen was für ein Horror das da schon war mit den Akkisidenwächtern so Natrium keine Heilung irgendwo oh schade ich will nicht mal was zu sagen Linky braucht man die mal hm hm da ist nichts drauf naja ist schon offen hm ich liebe die Community warte mal wie weit ist sie weg ja da müssen wir doch was alle hm 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 ja ich bin ja gar nicht im Wasser ich bin gut da ist meine Pfütze aber das ist ja gut das ist ja auch nicht ganz was ich erwartet habe das kommt dann wahrscheinlich als letztes ich hasse die infizierten Welten aber wir sind die Infektion das ist es was hier passiert lustig ich weiß ja gar nicht ob ich die brauche ich weiß ja gar nicht ob ich die brauche hm 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 ja 25 Meter 200 m skil. Langsam brauchen. Jetzt meine ich, dass ich die Basis an so einer komischen Stelle baue. Was auch immer du sagst, nicht genügend problematisches Metall. Und dann ob das Defensivsystem Upgrade interessant ist. Ja, da kannst du meinen Anzug aufpassen. Aber was wichtiger wäre, wäre eigentlich mal... Das geht aber auch. Diese habe ich eigentlich nicht genügend. Soll ich es für... Guckt, warum ich kann es mehr, oder? Okay. Äh, nochmal. Tag. Da. Ein Speicherpunkt. Da ist Speicherpunkt also wirklich nur ein Speicherpunkt. Dann... Machen wir das eben so. Okay. Das ist gar nicht gut. Dann flüstern das Ei in 180 Metern. Und das bedeutet, dass da gleich... die Schlinge da sind die komischen Viecher. Kommunikationsstation interessiert nicht. Sprechersignal interessiert nicht. Gibt es auf diesem Planeten keine Rohstoffe? Natrium. Kupfer. Okay, da muss ich hin. Finde. Kupfer. 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 Mhm. Das ist mit ein Grund, warum ich diese Planeten so hasse, kommt einfach kaum noch weiter. Ja, ich fühl's ja schon auf. So, ich hab jetzt die ganze Zeit keine Batterien gebraucht, aber ich fürchte, hier werde ich sie dann brauchen. Okay. 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 Ja, ja. Ich bin noch verrückt, mein Signal ist noch da. Jetzt wird das alles ganz gemütlich abbauen. Oh, Oliver, du hast doch im Hintergrund zu. Vielleicht hast du mir einen Tipp. Ich... Achso, ne, warte mal, ich glaube, du bist gar nicht mehr dabei. Giftschutz. Okay. 23 Gramm, da geht noch ein bisschen. Wenn das jetzt auf 10% wäre, dann hätte ich vielleicht ein bisschen Panik. Okay. Ich habe mal die falsche Taste. X. Aufladen. Das ist immer noch 18%. Sieht auf dem Balken nicht aus, das ist 20%. Das ist wieder der Unterschied zwischen Android und iPhone. Android sagt einem bei 15% man soll die Batterie aufladen. Und iPhone, also iOS, hängt damit schon an. So, äh, bei 20%. So, warte mal. Äh, was ich fragen wollte, falls Oliver noch da ist und zuhört. Ich habe eigentlich volle Lautstärke. Ich mache das ganz gut. OBS, aber meine Aufnahme bzw. mein Stream sind einfach ziemlich leise. Ich weiß nicht, was da falsch läuft. Das ist riesenginges Nadrium, da nehme ich aber auch gut. Die kleine hätte ich gerne auch noch. Okay. Aber ich glaube, so wenig Nadrium haben wir eigentlich gar nicht. Ich habe ja bis jetzt noch gar keins gebraucht, großartig. Okay. 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 So, machen wir weiter zum... Das ist das Falsche. Mist. Bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen? Wo ist mein Signal? Ah. Oh, alte Tafel. Das Signal scheint weg zu sein, aber die Tafel ist ja auch noch. Ah, da ist sie gleich. Der Kopf würde nicht vorbei. Okay. Also infizierte Planeten sind wirklich kein Spaß. Was? Wieso? Machst du nichts? Weil du schon gemacht hast. Okay. 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 so. 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 wurden wir den vorherigen Siedlungsversuch in Basis beantworten. Okay. Ok, dann benenne ich sie gleich um und ich gehe mal davon aus, dass ich auch hier so schnell wie möglich das bauen sollte. Allein deshalb schauen. Okay. 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 Jetzt ist es vollständig. Habe ich? Ne. Die sagt noch beim Schiff. Einmal nachdem ich jetzt die Basis hier eigentlich so gut wie habe. Ja, ich muss hier nur noch hoch bleiben, dann ist die Aufgabe schon mal erfüllt. Ich gucke hier an Multi-Werkzeugstation Bob nenne. Geborgene Daten, überlegen wir es im Poolswerfer Upgrade. Ja, ist ja schön, dann bauen wir das gleich. Wir müssen eine Multi-Werkzeug-Technologie erforschen, damit das Sinn macht. Ich will gerade, ob ich mir die Lauf-Ianisator... Plasmawerfer... Ah, ist gar nicht mehr. Plasmawerfer ist nicht gut. Spallblaster ist... Naja, das, was es noch anders sagt. Und wir haben ja schon den Impulswerfer. Und da würde es am meisten Sinn machen, den Impulswerfer aufzuhören. Und hier kann man auch ganz gut brauchen. Da brauchen wir aber einen Kabelbaum, wir bekommen keinen Kabelbaum. So, das kann stürmen, was will. Wir sind im sicheren Häuschen. Die Lohnung abholen. Ha! Kabelbaum! Dann schon nochmal. Das schlugt man aber nicht hier, das schlugt man da. Ah, also der Impulswerfer. Dann brauchen wir Phosphol, mal wieder. Okay. Das Kampfvisier. Da habe ich, was gebraucht wird. Und jetzt kommt das, was ich gemeint habe. Wir tauschen mal ein paar Sachen rum. Das sind separate Geschichten. Das hätte ich nicht erwartet. Warte mal, bauen wir die vier hermitischen Siegel schon mal. Der nervt mich dann zwar garantiert die ganze Zeit. Und dann ist das schon mal klar. So, entdecke eine mehr als 50 Kilogramm schwere Wasserkreatur. Hier ist es Stockduster. Und es störend. Es ist ein Ratzdorn. Ein echter Ratzdorn. Das sieht so aus wie ein Fallout 4 Ratzdorn. In dem Sinn gibt es ja auch. Die muss ich jetzt aber nicht auf den Planeten suchen und finden, oder? Protokoll-Expedition. Wahlsucher. Das muss man doch tatsächlich anscheinend auf diesem Planeten suchen. Dann suche ich mir dafür aber eine bessere Stelle, ich sag dir ja, die ist echt mal nicht so gut. Außer die Pfütze da hinten. Wow, so weit reicht die Rechtsweite jetzt schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der kleinen Pfütze ein 50 Kilogramm schweres gibt, hier zu finden ist. Wir haben ja auch aus dem All gesehen, es gibt übriglich Wasser auf dem Planeten. Da ist mein Schiff. Hallo mein Schiff, ich liebe dich, du bist das Einzige für mich. Das sagst du doch nur so. Hat dich nicht mehr gekauft? Ah, das ist leider der Einzug. Okay. 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 Ah, da jede Menge Wasser. Das ist nicht alles flach. Immer bis zum äußersten Rand von dem Archipel. Ja, das sieht vielversprechend aus. Nervt nicht. Da ist ein Schiff. Aber auch ganz besonders gut. Aber neugierig bin ich jetzt schon, wenn das eine S-Klasse ist oder so. Ah, ne. C. Lass mal das Schiff, Schiff sein. Wir haben andere Ziele. Dann gibt es ja schon wieder die S-Klasse. Das war ein Schreck. Jetzt brauchen wir ein Schrecken, also ein Schrecken, das wären also auch die Fischis. Das war ein Schrecken. Ah, es hat geklappt. Die Dinger sind schwer. Dann mal hoch. Nicht so weit unter Wasser gewesen. Wenn wir schon hier sind, brauchen wir noch ein paar Sachen später. Salz zum Beispiel. Ah, andere Fischis. Oh, da ist der Schrecken. Wobei... Wer weiß, wofür man das Auge brauchen kann. Ja. Ich hab' ich noch nicht... Die Pflanze an der Wand schon fleißig bedienen. Die Pflanze an der Wand. Okay, jetzt wird's Zeit, um zu schauen, dass wir wieder zum Schiff kommen. Das wäre dann da. Unterwegs noch ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Dann warten, bis der weg ist. Ein Trick, um schneller zu schwimmen. So, da sehe ich etwas, das ich eben auch wollte. So, da sehe ich etwas. Okay. Ich glaube, dass man alle nehmen kann. Es kann sein, dass wir fünf davon brauchen. So, Giftwitz aufladen. Sollte ich vielleicht schauen, ob ich irgendwelche inbinden. Oh! Ah, das war der Krieg. Aha! Deswegen wollte ich es vom Land aus machen. Hatte ich nicht mehr ganz im Kopf. Ah, guckst du. Sind die noch unterwegs? Ja. Ah, da weiß ich schon mal, da hat sie ihn. So, wir gehen jetzt gleich die Belohnung rein. Okay. Okay. Walth, aber kein Phosphor. Ich hätte ja gehofft, dass es hier auch Phosphor hat. Zytopos Phosphor braucht man später für... Habe ich die Baupläne schon für... Für die Nautilus habe ich die Baupläne schon, das weiß ich. Aber habe ich die Baupläne schon für die Unterwasser-Geschichten? Ich glaube nicht. Das kann ich jetzt nicht sehen, weil wir ja nicht bauen dürfen. Okay. 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 So, jetzt sind wir hier, die Kale. Ich muss darauf warten, dass er aufbricht, da kann ich mir ja schon mal ein Dings hier suchen. Da ist er gebrochen. Dann wollen wir es den letzten. Sonst. Schön. gepanzerte muschel das ist schnell ich wieder jetzt warten bis sie klappt schön weit weg Okay, wenn die war weg, muss ich sagen. So, wie viel Salz haben wir noch? 225 und 6 Kristallsulfid. Ich glaube wir brauchen noch mehr Kristallsulfid. Da nimmt er aus dem Wasser raus schon, das ist praktisch. Zytophosphat habe ich. 225 und auch im Glück. 664. Ich weiß nicht mehr, wie viel... Zytophosphat, der man braucht. Aber es ist egal, es sollte auf dem Planeten auch kein Problem sein. Gehen wir mal zurück zum Chef. Und jetzt... Sollte jetzt auf jeden Fall genug sein, um die ersten Schritte zu machen. Ich glaube, er wird sich gleich wieder aufladen. Ich glaube, ich nutze das jetzt auch kurz und dann habe ich eine... Wir haben es einfach gemacht, ich bin natürlich mit RUPS-Tool und das habe ich schon gelesen. Weil ich... Ja... Ah, warte. Jetzt kann ich schnell jetzt ausmachen. Zehn Minuten dauert es dann länger. Ja... Vielen Dank. 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 Und... ... 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 Wir brauchen das Auge aktuell garantiert nicht, wir brauchen aktuell Salz und Lidlophosphate nicht und das auch nicht und wenn ihr euch jetzt fragt warum, mache ich es nicht mit Schnell übertragen? Gute Frage, die brauche ich so schnell auch nicht mehr. Die brauche ich zum kochen, klar. Ah, okay. Ah, stimmt. Lieber das Paraffin wieder. Ah, okay. Hm, 47. Ah, es ist gerade mal wieder Sturm. Ja, nein, kein Sturm. Okay, ich brauche die Ranken. Tja, die Ranken hat er ist da hinten. Das ist jetzt aber blöd, ne? Okay. Okay, erstmal zurück zum Schiff. Wie gehabt, ich bin ja auch gleichzeitig im Bocken. Ich muss da ein bisschen drauf achten und, äh, hier möchte ich nicht abgelenkt sein und sterben, weil ich meine Werte, die ich rechtzeitig kontrolliert habe und, äh, nachgelebt habe. Das ist jetzt eben mal nach dem Rechten schon. Ja. Das ist sicher ein tolles Geräusch für jeden, der das im Bock zieht. Tut mir leid. Es sind drei Minuten, die ich jetzt noch habe. Ah, hätte ich nicht hier Platz geschaffen, hätte ich... Aber... Ach, es sollte gehen. Das kann ich immer noch nicht reparieren, weil weit und breit kein Phosphor haben. Oder sag ich das? Und halt hier... Guckt mal. Armoniak. Das sind doch meistens drei verschiedene... NADRIUM-Anlagen. NADRIUM ist jetzt nicht so spannend. Aber, gut, wenn ich dabei bin... Wir müssen wirklich anfangen, die Sachen auch zu scannen. Und, nummer los, wenn ich das in den Schulz das singe. NADRIUM-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN-DIN. ich hab dich nicht jetzt ist es auf der anderen Seite von dem Hügel jetzt hab ich dich zurück jetzt muss ich wahrscheinlich ich bin So, jetzt noch fünf Minuten abkühlen lassen. Dann schaue ich mal, dass ich die Ranken wieder finde. Dann spielt das auch besser so. Ne, ich meine, da bin ich nicht verflügbar. Ein, 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 eine Ranken. Ja, jetzt sehe ich sie. Wir brechen dann sicher gleich aus. Ja, okay. Ja. Ja. Dann brauche ich die Meldung nicht bekommen, dass sich der Schwarm auflöst. Ich stelle sie nicht mehr auf der Karte jetzt. Okay. Ah, zwei. Okay. 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 Vielen Dank. Und übernehme ich den auch noch mit. Jetzt schon wieder schauen, tschüss, tschüss, tschüss. So, die spannende Frage, bräuchte uns noch irgendwas für diesen Planeten? Sonst könnte ich ja... Ja, da drückt abnehmen. Das redet kein Unsinn. Fühlt sich gleich auf, wenn wir drin sind. Na gut, das sind jetzt die Schiffsysteme, muss ich hier machen. So, und dann hole ich mir meine Brezel zum Essen. Und werde euch inzwischen... Ah, ich muss noch eine sammeln. Ich dachte, ich hätte sie jetzt alle. Okay. Und dann weiß ich einfach, was ich als nächstes tue, wenn ich zurück bin. Aber jetzt erst mal Pause. Okay. 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 felt like, WORKeurs, a. **** auch noch DOD. Hmm. Before we die Tool. Schiff? So, das ist ein Teil很s�変. Yangsann sind nicht unser expectation. In der Mitte. Und das ist leicht genau. Abcies acceptiert sein. Ein Moment mache es richtig. Das rooftop. Also sagt er das�D veux. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also wir haben das zubereitet, aber die Städte von biologischen Schrecken wird befreien. Ja, dann müssen wir wohl auf dem Planeten bleiben. Aha, wieso? Wenn man sich hier als Zutat braucht, gibt es dann hier... Hexkerne, Griff, Echter Waffensplitter, den sollte ich eigentlich einsetzen können. Hm. Vielleicht ist meine Wächter-Multifikation für das Multi-Werkwein. Gut. Wurm löst sich auf. Die Flexibilität sinkt. Wir können gleich den Letzten holen. Okay. Weniger kriegen wir wahrscheinlich nicht. Schöpfe Stimme. Okay. Okay. Ich habe einen Impulswerfer gehen. Das ist eine Touchstärkung. Das ist eine Touchstärkung. Bin ich jetzt blind? Da stehe ich schon direkt daneben oder sowas? Das ist die Gesundheitsstärkung, die mir gerade noch angezeigt ist. Das ist eine Touchstärkung. Hier hatte ich den Schleim nicht schon. Okay, jetzt sagt mir, wo ist die Ranke? Ja. Hier eine gute Flockmöglichkeit. Shit. Das hat ja erstmal von hinten nicht funktioniert. Hier habe ich die fleischigen Seile. Jetzt geht es wieder durch den Urwald hier. Aber dann könnte ich zum Flieger, wir können zur Basis zurück und können kochen. Denke ich mal. Vielleicht brauchen wir noch andere Zutaten. sehen wir dann. Der wachte Typ hier, der hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Schade, dass das nur ein C-Klasse Schiff ist. Ich meine der Name ist jetzt irgendwie auch schon ein bisschen ein Hinweis auf das, was wir gerade so erleben. Was? Was ist das? Ah, die Spiele. So. Äh. Utopia Station. Saras. Utopia Reign. Äh. Nicht dieser Planet. Scheiße. Hätte ich mir ja denken können. Das ist meine Saras-Giftspotze. Und das dauert nicht so lang. ish. Ich неправente des Trhaftsatztes- Wis schräg, muss ich Ihreいます. Ich wusste Sie ja, viele Angst pageswife, Die Lüge hat mir das Hemet nach meiner Yahooin ver לק ol Denver. Und das ist nur ein Ende geht dasz. Ich bin das Bind Geld, Raffiniere die Süßwürzeln für Zucker, befreie eine galantische Membran, dass du gleich in seine Hunden ranken. Auf einer Albtraumwurst, in dem die galantartige Membran mit Larbenkerzen anfüllt. Ja, das ist... Ich muss mal anmerken, dass das Häuschen hier brillant gebaut ist. So, wir müssen... ...einpackieren. Bist du nun? Nährstoffprozessor... Ach, ich dachte, wir hatten den einen eingepackt. Haben wir vielleicht auch... Nein, gar nicht. Ähm... Wir brauchten... Wir brauchten ja zwei... ...Ezfallplatten und ein hermetisches Siegel. Nährstoffprozessor... So, Nährstoffprozessor... Was viel ist das, ne? Wir haben jetzt ein Siegel gemacht... Ah, ne, ich hab meine Nanoröhre gemacht... Ne... Einmal bitte Süßwurzel... Nährstoffprozessor... 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 Hm... Also... Packen wir zuerst mal die... ...Membranen da rein. Membranen... Galat... Mutige Membran... Passiert irgendwas, wenn ich den Zucker dazu tue? Ne... Sagen wir jetzt nicht, dass... in den... In die Wurst Zucker kommt... Das wäre... ...und... 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 ... Albtraumwurst... ... ... ... ... ... ... Nein, ich will jetzt erstmal sicherstellen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... der schluss okay ich könnte mir vorstellen dass das bei den zutaten am ende sogar noch ziemlich wettvoll sind jetzt kommt der zucker dazu dann sind sie glasiert das zurück in den anzug und wir haben auch diesen punkt abgeschlossen gehe zu deinem schiff zurück um die standarddaten zu erhalten muss ich hier noch mal zurück ich glaube nicht ich glaube auch das nicht mehr dann habe ich das gar nicht rausgeholt ich meine kleinigkeit ist es wert nicht viel aber eine kleinigkeit und und Au, Mist. Ich dachte, das war hoch genug. Der Fortschritt des Zootopia-Projekts hat die Erwartungen übertroffen, ausgezeichnete Arbeitssiedler. Allerdings verursachen lokale Parasiten weiterhin die Ineffizienten in der Produktion begibt und begibt dich zu dem hier zugewiesenen Standort und befreie ihn von schädlichen Lebensformen. Säuberungsstandort festgelegt. Wie weit? 5 Stunden? Ok. Umweg ist etwas alt. Wie wird die Belohnung eigentlich abgebrochen? Ja. Jetzt hätte das die Belohnung nicht gemacht. Ich kontrolliere es noch, was ich hatte. Und nochmal. Nee, ich hab sie nicht echt gemacht. Da müsste es... Moment, da ist nichts. Aber da ist. Da müssen wir hin. Hey. Normalerweise hast du einen Landeplatz hier. Und jetzt klappt. Ja. 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 Wie viel muss ich tun? Nein, löse dich noch nicht auf, ich brauche doch noch. Ich brauche noch mal ein Alkohol. Ich bin doch nicht weg, ich will doch mit dir spielen. Ich spiele mit dir. Das reicht. Okay, jetzt kann ich ganz einfach warten. Na, ich war entdeckt. Meintest du das? Das ist nicht mehr verfügbar. Okay, jetzt machen wir jetzt die Belohnung ab. Entgifterschleim, ja den brauche ich unbedingt. Füchterregende Probe. Was ist jetzt mit dieser Quest? Säuberungsziel erreicht. Ach, das Terminal in der Einrichtung. Ja. 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 Bewertung der Einrichtungssicherheit, Biogefahrstufen akzeptabel, Stromversorgung der Einrichtung wiederherstellen, Wiederherstellung der Stromversorgung wehgeschlagen, dann dort wieder in die Tupia-Elektrikabteilung übergeben. Danke, Herr Siedler, dieser Reinigungsauftrag ist abgeschlossen. So, was sagst, der Hersteller abgeschlossen ist, Anlage ist, umgeleitet ist, aller Qualitätssicherung, äh, Qualitätssicherung, Prüfung ist, also, über die Anlage zu 97% von ist hergestellt. Einreichung von ist, Aufstattung ist, aus Protokolles kommt so, ja, und ich habe das unangenehme Gefühl, dass ich auf etwas verboten, das zugegriffen habe, Obwohl die Aufnahme hier angehalten hat, scheint die Spur noch ein wenig weiter zu gehen. Bewertung. Ist Utopia, ist Bia, ist zu tief graben. Ich bin wieder, ist noch der Letzte, ist. Die Raumstation, ist Beweis für, ist mich erinnern, ist. Da zerfallene Aufnahme erlischt, dann knistert es. Und dann herrscht nur noch stille Signale, ich bin verfolgen. Mein Anzug registriert ein sehr schwaches Echo von einem anderen Ort im System, jenseits jeder irdischen Oberfläche. Die Raumstation? Die Raumstation. Wo? Äh. Was ist das? Ah. Na? Jetzt. So, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir diesen Planeten nie wieder sehen. Sekundäre Signale hier. So. 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 ich war ja schon mal da aber da habe ich noch keine computer irgendwas ja ich habe keine großartige SSD und die Spiele sind bei mir immer auf einer guten alten Art und das bedeutet, dass ich immer mal wieder Laderockler habe Ach, ich kann doch nicht boxen So, hier ist auch das Handelszümmel Vermute mal, dass wir da ran gehen Ja Vermute mal, was soll ich kaufen? Meilenstein abgeschlossen Die Läuterung, Aufzeichnungen aus der Geschichte Utopias entdeckt Na dann Können wir die Aufzeichnung Lesen Hier, Einrichtung gegründet Plasmativbauanlage in Betrieb Ertragswachstum konstant bei 1% Aufseher beanstanden Wachstumsrate Orbitale Ausbau genehmigt Stationshandel boomt Gefahr entdeckt Utopia Projekt gestartet Einrichtung wieder hergestellt Plasmativbauanlage betriebsbereit Handelsrouten abermals eröffnet Einrichtung wieder hergestellt Plasmativbauanlage betriebsbereit Handelsrouten abermals eröffnet Das passiert öfter In Abstand von 16 Jahren 16, da war noch was Apropos Sirupartige Eingeweide In Fort Noch mehr Ekelzeug Gar nicht Also nicht im Anzug-Inventar Wieso habe ich denn eigentlich Diesen Hexkern Was ich definitiv Nicht mehr brauchen Ist die Planetenkarte Das war vielleicht ein Fehler Vielleicht brauche ich sie eben Doch noch Ich glaube es nicht Ich hätte vielleicht auf die Belohnung Warten sollen Die Läuterung Verbotenes Exo-Anzugmodul Abscheuliche Boot mal 3 Was soll ich bitte mit abscheulicher Boot Kann mithilfe des Eingeweidesyntesizers Aus Embryosäcken entnommen werden Noch ein Impuls-Werfer-Modul Aber immer noch kein Phosphor Dafür Zinken da noch nicht Loot für das Modul Und wer ist jetzt schaden Und Okay Exo-Anzug Verdächtiges Schildmodul Für mich Okay Das hilft mir das leider gerade nicht Paralyse-Morse ist unwichtig Und das wäre Ah Das hatten wir schon Okay Lass mich die Lass mich diese komischen Äher loswerden Embryos Ich sagte ja Das Glas Hat uns Im Griff Noch irgendwas ekliges Ich kann mir gerade nichts finden Äh nicht da So Warte mal Lass her mal Dann haben wir Alles abgeholt Dann müssen wir die Phase 4 jetzt praktisch noch abschließen Belohnung Robo-Wächter-Begleiter Sehr schön Und das war ich auch Es geht also Und das war ich auch Und das war ich auch Und das war ich auch Ich kann mir die Phase 4 jetzt Und das war ich auch Okay Und das war ich auch Magst du mir nichts über den Planeten erzählen? Okay! Ja, wir sind auf der nächsten Expedition. Ja. Bitte identifiziere dich. Versiedlung der Anmeldedaten. Anmeldung erfolgreich. Utopia dank für die prompte Registrierung. Bitte konsolidiere die Nachschublieferungen, um Einzelheiten zu deinem nächsten Wiederherstellungsauftrag zu erhalten. Ach, hier wird noch... Ach, schade. So. Utopia Nachschublieferung. Die sieht schon so aus, ne? Bleimich und alles. Salzsaft. Dreiknallzweiberg. Koordinaten. Epsilon. Wie viel chromatisches Metall habe ich? Zwölf! Ach, müsste man da jetzt erstmal wieder suchen gehen. Und... hat dieser Planet... ...Kupfer... ...Silber... Waskristalle? Waskristalle? Ganz allgemein erstaunlich wenig zu haben. Oh! Habe ich da gar einen Sturmkristall lassen? Augenwegen gesehen? Das stimmt doch gar nicht. Na wie auch immer, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch chromatisches Metall. Das ist hier nicht ein... Wie geht's? Was... Was? Was? Ja, schon bisher zu. So, ich verkaufe den Salzzaft. Und hoffe es kauft die Nieder. nicht verkaufen ist vorbei also ich muss mir die route mal geben bei der station war ein funktionierender teleporter benutze ich den schmerz hier die kommen zu Hause die 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 das gleiche ah utopian rain ja utopian rain der lässt sich auf die kürbsten den Kopf verholen ich habe keine ahnung wozu das 4 Hektar unten gut sind das muss ich nicht hören beim nächsten Mal dann wo finde ich das nächste Kupfer aber ist da echt noch was also von hier aus sieht das tatsächlich ziemlich ungebraucht aus hat wer hat das erwartet ich bin jetzt nicht sicher ob das reicht es kommt mir jetzt eher wenig vor da ich glaube ich sehe auch ich habe den falschen Knopf gedrückt und habe deshalb am Anfang zu groß das Ding genutzt das ok geben wir mal noch mehr ja das das ist unser aktuelles fliegende Christen mhm kubalt das erwischt ok du mich auch na das sieht doch dann vielversprechender aus na das sieht doch dann vielversprechender aus ja und ich kann das eingesammelt ja jetzt schon ein paar wegekappen sieht das jetzt so eigentlich ja nicht ich sage das wie das Also die Überraschung war, dass in der Geschichte bislang, die man nur mitgekriegt hat, wenn man regelmäßig die Dings gespielt hat. Die Mission vom Nexus. Der Abyss ist der Verursacher der World of Glass, der die Sentinels kontrolliert. Wir haben die so schnell wieder hergestellt. Ach, reicht's mir das jetzt? Ich hab dich da nicht rein geschubst, aber... In 16 Jahren geht das Spiel dann wieder von vorne los. Ja, und es ist mittlerweile auch klar, was der Abyss ist. Und zwar ist die Korvax... so ab... so versklavt worden. Die hat eine künstliche Intelligenz. Und der Abyss ist diese künstliche Intelligenz, die sozusagen... im System emuliert wird. Und sich gegen ihren Schöpfer richtet. Weil unglaublich viel Leiden erfahren wurde. Ist ein bisschen kompliziert. Also die Korvax können auf jeden Fall nichts dafür. Das ist die Korvax, die man kennenlernt. Und deshalb... Man bohrt tief und kommt an den ihr bist. Ganz klassisch. Man soll das Wasser nicht trinken. Aber man soll eben dann wohl auch gewisse Lebensmittel nicht konsumieren. Ja, so ein Anzug... Und dann zieht sich das nicht durch drei Teile nach. Infiziert man sich, infiziert Planeten. Da kamen... Da kamen dann auch die... Äh... Jetzt ist es wieder weg. Was hat sie gesagt? Wo mehr hat sich... oder? Ja, wo ist mein... Häuschen? Jetzt komme ich nicht rechtzeitig zu meinem Häuschen. Und dann... Ja... So... Jetzt kann es regnen, wenn es will. Ich muss... Immer noch... Diese Sachen... Raffinieren... Raffinieren... Das ist ja nur eine schöne Ausbeute. Das müssen wir bald reichen. Jetzt möchte ich hier lösen... Äh... Ne, das regnet nicht wirklich. Dann kann ich ja jetzt schon mal... ... 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 Gefühl gar nichts zum Tragen, interessant, ähm, raumschön, Schildstärke, auch Schild. Ich muss immer sagen, jetzt bin ich definitiv gut geschützt, äh, unnötiges Feuerwerk, Maldit, Wofür brauche ich Maldit? Zu der Schiffsstation. Überantrieb, der hat uns, äh, auch gefällt. Okay. Okay. So, bekomme ich den Mikroprozessor? Ja, die will ich nicht herstellen. Ah, doch. Dann Antimaterie. Willst du mich jetzt vereinbaren? Ich habe doch so viel, so extrem viel chromatisches Metall gemacht. Ich habe ja gesagt, hier hat es auch irgendwo... Ah, ich muss noch etwas anderes bauen. Hier. Also, ein Quantencomputer und ein, äh, drei magnetische Personatoren. Brauchen wir auch an die Materie. Anvisiertes Ferrit, äh, 40, 120. Und das reicht nicht. So. Sag mir, hodoskop. Ja. Wo ist das geblieben? Ja. Wo sind die Autos? Ja. 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 Vielen Dank. Das ist eigentlich noch im Nomad drin. Jetzt ist abgehöhlt noch gar nichts mehr. Okay. Das ist auf der anderen Seite ausgestiegen. Jetzt, wo wir infiziert sind. Das ist der nächste Auftrag, dass wir die Infektion weitertragen. Deshalb müssen wir jetzt den Hyperantrieb bauen. Antipaterie basteln und das System verlassen. Aber vorher müssen wir aus irgendeinem Grund noch Gas finden. Dann kann man überlegen, das Phosphor am Gas habe ich es deshalb nicht verfolgt. Aber was nützt es, wenn ich das Gas finde? Mir ist gerade aufgefallen, wir kriegen den Bauplan für... Ja. Das Ding ist ja nicht automatisch. Gut, wir können den überhaupt kaufen. So, dann packe ich die schon mal hier rein. Okay. 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 Ja, da nehme ich doch eins. Danke. 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 Vielen Dank. Aber die haben es mit dem Abyss und dem Computer, sie sind teilweise auch wieder etwas löchrig. Und die kriegt man ja nicht durch diese Geschichte. Wichtig ist nur, wir sind infiziert vom Abyss. Und der Abyss hat das Spiel schon mal durchgemacht, vor 16 Jahren. Es wurde zu tief gebohrt und dadurch der Abyss freigesetzt. Und zwar noch nicht ganz fertig, aber ich brauche auch, wenn wir nicht mehr hinzufügen, weniger. Nicht. Hallo, du. Okay, das ist nicht der Weg nach Hause. Ist das unterirdisch? Ich werde noch mal gucken. Was ist das? Nein, noch nicht. Ausatmen. 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 Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. So geht das. Wollen wir mal schauen, reicht es jetzt schon für Antimaterie? Antimateriegehäuse. Das braucht Verrätsstaub und Verrätsstaub habe ich jetzt gerade allen verarbeitet. Wollte ich das doch gar nicht. Zumal ich jetzt magnetisiertes Ferritraum glaube ich. Für das hellen Dessert. Ich bin von 100. Was haben wir das nicht gesehen können? Ich meine, das ist natürlich jetzt auch. Genau. Untersuchungsgeteil Quantencomputer. Wer braucht Antimaterie, Mikroprozessor und chromatisches Metall? Mikroprozessor braucht Kohlenstoff-Nano-Rohr. Das sind einfach magnetische Resonatoren. H, D, H, U. Da. An was fehlt es? An ionisierten Kobalt. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist ein Problem. Oh. Ja, okay. Das gilt nicht dazu, ne? Guten Tag, Herr Sentinel. Hat Herr Sentinel mich zufällig in die Richtung einer Mühle weisen? Ja. Ja, okay. 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 Ah, reines Verräte. Warum nicht? Ich finde nicht, wofür ich in die Höhle gekommen bin. Ja, okay. Dann muss ich jetzt zurück und erstmal einen Weg hier rausfinden. Ja, woher soll das gehen? So, diesmal aber bevor ich loszerstelle, schauen. Ja, genau. Endes, ne? Ich bin so ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass ich nicht unter Wasser bauen durfte. So, noch eine. Dann sollte das hier abgeschlossen sein. So, wie sieht es mit den anderen Dingen aus? Und die Materie und die Materiebease braucht. Für Frischen für Rätstaub. Na, auch nicht genug. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, wer das war. Hier, ich scanne nur. Siehst du? Das ist reines Verräte. Ich brauche nicht. Ich brauche keine Reines für die Proferite. Kann ich jetzt noch ein Gehäuse bauen? Ja. Daraus bauen wir eine Wortzelle. Und jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal und machen eine mehr. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Alles gut. Jetzt müssen wir einen Gas-Hotspot finden. Dann ist kein Problem, denn wir haben eins. Entschuldigung, das geht. ja das hat jetzt ja gar nicht funktioniert berechnungen abgeschlossen was ist das hier? Hyperkern irgendwie habe ich die übersehen Hyperantriebmodul habe ich jetzt gebaut, könnte ich jetzt bekommen das verarscht mich doch jetzt, jetzt geht das nicht mehr das könnte sich das ist aufgablich erledigt, ja das verstehe ich jetzt nicht ah vielleicht die an der Materie zu behandeln müssen mit schönen Kohlenstoff so wir sind in einem neuen Bereich, vielleicht gibt es hier eine neue Gasquelle ja genau auf der anderen Seite ah das hatte ich gesehen Knolle auch unterirdisch das Gas geprüft, ja schön Sache ist erledigt das ist das ist das ist das ist das ist Auf der Flieger. Also wenn die anderen Redux-Expeditionen auch so schlampig auf ein neues System angepasst werden, dann schmalt mir nichts Gutes für die nächsten drei Redux-Expeditionen. So, ein letztes Mal überprüfen, was fliegen wir als Belohnung? Ravaturset, Planetenkarte, und ich bringe das Bergbrauchstrahlupdate. Okay, wir sind um all. Wir haben nur noch eine Aufgabe. Bringe das Opio PIA Projekt jenseits des Sperrens, infiziere ein Anlasssystem, installiere den HIPAA-Antrieb und betanke den Antrieb mit den Warpzellen. Technologie aufgeladen. Okay. 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 Interstellar befördert. Expedition abgeschlossen, 12 Nimb-Nimb-Knospen, Lagererweiterung, nochmal eine Nimb-Nimb-Knospen. Die sind jetzt durch, oder? Darf ich? Interstellar befördert. Titel, Utopia, Wündrigo, du hast mir ein Expeditionsmotivbild, Utopia, Expeditionsmotiv. Na, na. Gefrorene Planeten. Nicht uninteressant, aber damit war's das. Wir haben ziemlich genau in dieser Sitzung 6 Stunden verbracht, in der letzten 3 oder 3,5. Das ist also maximal 9,5 Stunden die Welt für diese Quests gebraucht haben. Ich sage damit erstmal tschüss und bis bald. Sitzungsanträgen in der Sie meine draw etwas bilder. Untertitelung des ZDF, 2020